Finger mittlerweile und im englischsprachigen Raum ist es nicht üblich, diese Mittelfinger-Geste zu machen. Die ist indiziert, deswegen sieht man sie nicht ganz. Im englischsprachigen Raum ist es üblich, dass man, ich indiziere wieder, dass man zwei Finger zeigt, wenn man sagen möchte, dodover Typ, geh weg. Was heißt der Mittelfinger da? Der Mittelfinger heißt das gleich, also nein, das heißt da gar nichts, das kennen die gar nicht. Die ganzen Tag könnte ich durch London gehen und... Ja, die würden dich für doof halten. Die würden dich für doof halten. Raus aus der EU, sage nicht ich, wäre jetzt ein... Nein, 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 Sie wollen doch... Ja, meine Güte, wird das denn politische noch? Nein, bleibt, wirklich, wir sind angewiesen auf den Finanzplatz London. Definitiv, ja. Wir können auch ohne. Auf jeden Fall diese...